Hey! Meine Süßen. Das riecht nach Schaf. Keine Schafe. Dafür viel Luft erfrischer. Ich weiß, du hast welche zu Hause. Sie haben noch welche. Ich konnte nicht anders. Du hast was? Wenn wir die Schafe aufspüren, ist er erledigt. Ja, ist ein Prachtmob. Der Borsche wird viel zu tun haben, schätze ich. Was meinst du damit?